Heute gucken wir uns von OneWit die FunnyPack T1 an. Und das ist eine Tasche, eine kleine Stinktasche, die man vor der Brust in Brusthöhe auf den Rücken einfach so drehen kann, aber auch im Hüftbereich tragen kann als sogenannte Hüfttasche. Die FunnyPack ist klein, unauffällig und sehr praktisch. Sie wiegt nur 270 Gramm und kann also mit Fotosachen bestückt werden, wie auch für den ganz normalen Krempel, den man so im Alltag mit dabei hat. Brieftasche, Portemonnaie, Personalausweis und kleine Kamera. Sie ist mit einem Fitlockverschluss ausgestattet, sehr sicher, sehr komfortabel, schneller Zugriff und absolute Sicherheit. Um den Tragekomfort im Hüftbereich noch zu erhöhen, gibt es ein spezielles Verstellsystem, damit die Tasche auch ganz eng am Körper anliegt. Die FunnyPack hat auch zwei Schlaufen rechts und links, damit kann man die Tasche einfach jeder Position einfach greifen und nach rechts oder links verdrehen. Ein kleiner Schlüsselclip ermöglicht die Befestigung eines Schlüsselbundes im Inneren der Tasche. Der Reißverschluss auf der Rückseite ist gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert, indem er einfach unter eine festgenähte Schlaufe geschoben wird. Der Link zum Produkt befindet sich für immer unten in der Infobox. Wenn das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Video. Alles weg!